Hallo zusammen, ich bin Max von Thun und schon bald mit Gut zu Vögeln im Kino zu sehen. Verpasst also nicht die Lady Previews am 13. Januar in euren Lieblingskinos. Denn dann habt ihr nicht nur die Chance den Film vor allen anderen zu sehen, sondern ihr könnt auch noch eine dieser eigener Taschen gewinnen. Ich drück euch also die Daumen. Und hier ist für euch schon mal der Trailer. Wir müssen uns mal auf Zeit canceln. Bei SMS? Ich hätte dich schon herangrufen. Ich helfe Ihnen hier beim Ausparken. Danke, ich brauche keine Hilfe. Sie haben hier circa 20 Zentimeter. Merlin ist die perfekte Mitbewohnerin. Es gibt einfach manchmal Momente im Leben eines Mannes, da muss man auch mal Gentleman sein. Fick dich. Da heult doch jemand. So eine Katze. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Und du sagst mir jetzt, ich soll hier putzen, damit es mir besser geht. Wow. Jakob hatte diesen super Tipp, um mich abzunehmen. Was denn für ein Tipp? Jakob putzt doch immer, wenn er traurig ist. Geht's dir besser? Was du brauchst, ist ein Trostfick. Das ist Marc. Hallo, ich bin Marc. Der Marc, der ist Model. Ich bin Model. Guck mal, Marc, eine Kamera. Der Typ ist so doof, um aus dem Bus zu winken. Also los jetzt. Hallo, ich bin Marc. Ab jetzt ihr Mädchen für alles. Sozusagen ihre eierleckende Wollmilchsau. Eierlegend. Nee, das nicht. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heut' Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heut' Nacht nicht ein. Ohne dich komm ich heut' nicht zu. Das, was ich will, bist du. Schlampe. Ich pflege Diabetes-kranke Korla-Bären. Arbeite als Teilzeit-Penis-Model und... Penis-Model? Gut zu vögeln, was für ein Kack-Wortspiel, den hab' ich nie verstanden.